Also ich habe angefangen mit dem Glückstagebuch, da haben wir von der Frau Farkas ein Buch und dann haben wir da Fragen beantwortet, die am Computer gestanden sind, zum Beispiel wie, wer hat dir was Gutes getan? Dann habe ich eine geschrieben, Lea Wachter, weil da haben wir in der Adventszeit so gewichtelt und dann, ja, hat es ihm auch schönes Geschenk gemacht. Ja, also es war schon schön nach dem Moment, wo wir alles reingeschrieben haben, besonders nach der Theaterwoche, weil wir eine Aufführung hatten, Ronja Räuber, Tochter, da gibt es auch einen Film dazu, aber das ist jetzt nicht gerade das Thema, ja, schon gut. Entweder wäre ich Koch oder als Themenjob Feuerwehrmann, freiwillig. Weil man Menschen retten kann und solange es der Mensch schon gut geht, möchte ich halt helfen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020